Hallo liebe Freunde und willkommen auf dem Kanal Play with Jack oder Jack LP wir sind zurück in Sky Island dass der Shamuji der im Game Mode ist noch ja weil wir haben nämlich gerade das ähm das das Thumbmail äh oa oa das Thumbmail für diese für diese Folgen gemacht und sind auf den Baum geflogen musste sein soll und ich werde jetzt dieses Bonner ab und um weil das Prozent um nachhafte ich okay wieder weil es mich sonst nach bei dir die ganzes Zeit Zeitsplatte spawnen und ich werde jetzt hier muss ja irgendwann auch ein ich habe gefunden und das auf nach dem weiter nachher gehen hau Prozent 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 er kommt das ist doch klar dass da Lava ist das gelächtert es ist extra das ist nicht der Ernst vor Ort die Arbeit mit dem Karten oder so was hast du alles die Kirche wenn ich schieben aber er als er verdammt man das ist ein bisschen Drecklich ich werde mal ganz kurz den Teil mal starten bis mit einem Ort zu starten dazu gehe ich auf Dienstprogramme und auf Uhrzeit und dann auf starten und dann läuft der Timer ich werde übrigens nur noch um knapp zehn Minuten folgen machen weil nämlich dann die Stimme anfängt um zu warten und der Ton als die Grund wird und ich ab und hat sowieso ein Problem wenn ich Videos hochladen werden die meisten bis zur Hälfte gekürzt ich habe keine Ahnung wie so aber er hat ja schon mal ein Mittag schon mitgekriegt also schon mal mitgekriegt dass ich Prozent also die Videos ne wenn ich die irgendwie hochlade ein paar werden dann einfach so weggekürzt so eiskalt warum mache ich mir nur noch eine zweite Workbench ich war schon wieder zu sehr im Thema vertieft so oh nein ich hätte Gold und so ein Kram und ich hätte glaube ich ganz viel Kohle Dreck gibt es ja eigentlich auch so eine Aufgabenliste ja gibt es und da äh haben wir erstmal richtig viel jetzt eben verschissen war nicht recht äh nein haben wir nicht eigentlich nicht nein ich setze jetzt nur mal hier ein bisschen Kohle rein was so unnötiges wir müssen auch in die Hölle ne nein ich glaube noch nicht mal das müssen wir ähm kannst du mir äh Stein geben ich hab kaum Stein ich sitze aber machst du eine zweite Workbench hab ich schon gemacht aus Versehen vorhin ähm ich setze es einfach hier hin und jetzt äh geh ich einfach mal weiter hier runter ich hab schon jetzt zu zeigen wenn das Geld sorry jetzt geht mir das äh irgendwann so weit schon wenn du das hier siehst Prozent links mehr dass du mit dass wir gehen mal kriegen also ich dass mein Kanal ist ja bitte ich dich um das zu lassen weil ich bald die Monetarisierung aktivieren möchte und dann wird die Partner werden am liebsten und weil ich jetzt hier diesen Spawner zu stellen dieser Spinn um holen Juli im Ort aus der herren so ist für die Achtung Spinnen Witz Juli na jetzt ehrlich nein ich bin fast tot ich bin fast tot nein 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 Mann das kann ich angehen nervlich Dreckspinne. Alter, der Weg nach oben ist so kompliziert mit dem Stumm-Spawner her. Oh, du hast es gleich back gemacht. Ja, man Leute, wir haben Diamanten. Correct. Schon gemeint. Schon gemeint. Ja, ich hab mir jetzt verbracht. Wow, hier sind auch noch Diamanten. Woher hat sie nur die Ressourcen. Oh, ich will jetzt hier schnell nach oben, hier sind nämlich Lava. Ich will jetzt ungern reinfallen, ganz ehrlich. Das Eisen, das die mich noch mit. Wow, du hast dir das komplette Eisen genommen. Danke, ne, ich krieg das nächste. Was denn? So, es schaut zwei Eisen, mal drei. Ne, ich hab die ja alle verloren, ich bin in die Lava gefallen. Jaja. Beteilnis bestraft werden. Nein! Das ist spa- Oh, ne, darf ich auch nicht sagen. Verdammt. Was ist? Jackal Peer. Uuuuh, lustig, das ist evil price-geld. Oh, he's Creeper, hallo. Sie zwar nicht, aber krägt und krass. Äh, pass ganz so, so ging auf, ne Gras, äh, ist sehr wichtig. Ich, äh, öffne jetzt einfach so ein Blech und Challenges. Oh, ich hab's abgebraucht. Ne, nicht ehrlich. Nein, setz mich doch. Ne, kenne ich nicht. Ich wollte nur ein bisschen, äh, Sand, ne? Ähm, ja schön. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen, aber... Ja, deswegen, ich, äh, will jetzt erstmal hier nach oben, du weißt nicht, wie viel Zeug ich grad hab. Ich brauch die Truhen eigentlich. I-I-S. Oh, ich bin dumm, ich hätte lieber die Truhen nehmen sollen, aua. Ich hätte lieber die Truhen nehmen sollen. Viel wichtiger als Spinnenseide. Okay, was heißt Spinnenseide? Oh, warte mal. Aus Knochen? Das Game meldet sich, dass ich meine Mission fällig hab. Oh, ich mach Level 6. Aus Knochen kann man Knochenmehl machen. Aus Knochen kann man Knochenmehl machen. Das habe ich auch gerade hier getan, weil ich so toll bin. Wörter 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 Wolli kann sich Musik hier aber abläutern. Ähm, fett... Fetzt nicht... Äh, wo... Woh, 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 woh... Ich guck mal auf, unterm Sand, also vielleicht ist es, kann ja sein. Kann ja sein... Man kann ja nie wissen. Ach... klar kann dass Uro ich hab geflutet in der Kursung ist sonst jetzt mal ein um das ist mal lieber ich weiß nicht wofür das mal alles brauchen er ist wie wohl es sei jetzt schon mal ein Truss in die Kiste ich platziere so ihre Erfüllung war ich würde sie erst mal trugen jetzt vielleicht kommt irgendwann und das war wo ich dachte ich würde jetzt untergefallen so ich habe abfüllen das war das wasser wo 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 okay erst mal mach ich uns jetzt um uns 18 Diamanten so wie du hast direkt hier ist es mir direkt allerdings machen euch nicht mehr direkt 3 aus dem Weg 3 die ist das ist eigentlich unnötig du brauchst sie noch nicht eine Kaktusfarm können wir machen Salz Junge ich mache mir schon mal eine du bist in die Truhe das ist dann wie wär's denn jeder die ersten so meine liegt hier drin die nimmst du nicht o oder wir tun machen eine die Gäste mit einer Schaufel aber ich schon ja ich bräuchte mal eine und das nehme ich auch mit ihr Schaufel weil die sonst so schnell kaputt geht habe ich keinen Bock drauf hier ist ich hab ein Tannen-Zäppling den kann ich mal pflanzen Tala ich bin so gut so Leute Schaufel gemacht und ich möchte ich gibst mir mal eben deine Schaufel jeden Berg ein bisschen abfahren ich nehme mir noch schnell dann haben wir erstmal woher hast du so viel ich habe und zwei Diamantblöcke gefunden habe ich dann zu dir ausgemacht es war ein Euro wo du hast neun Prozent zwanzig daraus gefunden ne äh ein Tier zwei Diablöcke das sind ähm nur äh hier hast du die Ablöcke aus dem das sind 18 ja ich hab da unten sind auch noch ein paar Boah ich fall jedes Mal irgendwie in so einen Schacht rein das ist echt gemeint von dem Spiel einer bau die erstmals zu oh was so how I love you ja Leute und ähm schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein ihr seht natürlich den äh Part hier wieder verlinkt falls der denn schon oben ist und ich hoffe ihr seid auch schon wieder dabei und passend zum Liedende sage ich Tschüss aus dem zu wie ihr ich 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017